heute kapitel 13 die kinder der federköpfe um noch ganz kurz zurück zu blicken ein kleines stück vom letzten kapitel noch mal ich mag nicht mehr an diesen mist angebunden sein jammert nano ich will zu mama machte keine sorgen mein sohn alles wird gut sagt primo und zerrt frustriert an seinen fesseln doch es gelingt ihm nicht sie zu lockern na logisch kommentiert asimov der tag vergeht langsam unbarmherzig brennt die sonne auf die drei gefangenen herab primus versuche sich zu befreien bleiben fruchtlos wie konnte er nur so dumm sein sich von den federköpfen gefangen nehmen zu lassen endlich geht sonne unter der fahle mond der sich im osten erhebt ist fast voll tatsächlich stellt lausius fest du hattest recht wir sind immer noch auf der erde ich habe hunger jammert nano primo überlegt verzweifelt was er sagen soll um seinen sohn etwas zu beruhigen als er ein geräusch hinter sich hört er versucht sich umzudrehen doch die fesseln erlauben das nicht macht keinen laut der mit dem blechmann spricht sagt eine stimme er spürt wie sich jemand an seinen fesseln zu schaffen macht wer bist du fragt er ich bin die immer unsinn macht erwidert die stimme ich und mein bruder der keine nachtisch kriegt sind gekommen um euch zu befreien primus fesseln fallen von ihm ab er dreht sich um und erblickt zu seiner überraschung einen jungen und ein mädchen beide ungefähr so alt wie nano paul der wolf ist bei ihnen und lässt sich von dem jungen im nackenfell kraulen danke sagt primo aber warum helft ihr uns weil die mit den geistern spricht eine gemeine hexe ist erwidert das mädchen und weil wir nicht wollen dass noch mehr leute von der dreiköpfigen schlange gefressen werden ergänzt der junge ihr müsst fliehen drängt das mädchen lauft weg so weit ihr könnt ehe die erwachsenen es merken rasch lösen sie die fesseln von nano und lausius nun lauft schnell drängt das mädchen was ist mit euch fragt primus werdet ihr nicht ärger bekommen wenn eure medizin frau feststellt dass wir befreit wurden wir bekommen sowieso immer ärger meint der junge da kommt es auf einmal mehr oder weniger auch nicht an außerdem werden die erwachsenen erst mal genug damit zu tun haben den angriff der dreiköpfigen schlange abzuwehren diese dreiköpfige schlange gibt es die wirklich fragt primus natürlich gibt es sie erwidert das mädchen sie haust in einer höhle nicht weit vom dorf entfernt ein schreckliches monster dass die köpfe der menschen die es verschlungen hat ausspuckt wenn man davon getroffen wird stirbt man mein papa ist der stärkste papa der welt behauptet nano er kann dieses monster kaputt hauen kann er nicht widerspricht der federkopf junge wenn mein papa das nicht kann kann deiner es erst recht nicht außerdem sagt papa dass alle bleichgesichter feiglinge sind sagt das noch mal fordert nano was jetzt dass dein papa das monster nicht kaputt hauen kann oder das mit den feiglingen das mit den feiglingen alle bleichgesichter sind feiglinge stimmt ja gar nicht und außerdem kann mein papa das monster wohl kaputt hauen er hat sogar den bösen entenmann besiegt du bist ja ein blöder angeber bin ich gar nicht bist du doch ha ich werde es dir beweisen mein papa wird diese blöde dreiköpfige schlange verhauen und dann werdet ihr ja sehen wer recht hat wenn er das versucht wird er gefressen und du auch werden wir nicht du wirst schon sehen ähm ich glaube wir müssen dann jetzt sagt primo der befürchtet dass der laute streit der beiden jungen das halbe dorf aufwecken wird ja hört nicht auf meinen bruder sagt das mädchen lauft schnell weg hier nehmt das mit sie reicht primo sein schwert und ein paket mit etwas broteiern und gebratenem rindfleisch danke sagt primo gerührt das werden wir euch nicht vergessen komm nano im schutz der dunkelheit huschen sie aus dem dorf von einem bewaldeten hügel am rand der bucht an der das dorf liegt winken sie ihren beiden rettern noch einmal zu bevor die beiden in ihren häusern verschwinden der wolf winselt als sei er über den abschied traurig die route nach hause wird berechnet sagt asimov bitte folgen er stapft los richtung süden primo folgt ihm ein paar schritte doch dann bleibt er stehen lausius nano und paul stehen immer noch da und blicken zurück zum dorf der federköpfe was ist denn los fragt primo kommt endlich wir müssen weit weg sein bevor die erwachsenen federköpfe unser verschwinden bemerken aber wir müssen doch das monster verhauen sagt nano oder soll der blöde angeber aus dem dorf etwa recht verhalten da es keine einköpfigen schlangen gibt kann es eigentlich auch keine dreiköpfigen geben meint lausius andererseits haben legenden oft einen wahren kern und im interesse der wissenschaft könnte man die sache vielleicht mal überprüfen wuff macht paul primo zögert seine vernunft sagt ihm dass es das beste ist sich so schnell wie möglich aus dem staub zu machen und nicht schon wieder neuen ärger zu riskieren doch in seinem herzen spürt er dass er die beiden federkopf kinder die sie so tapfer befreit haben nicht im stich lassen darf außerdem ist er ein offizieller dorfbeschützer und auch wenn dies nicht sein eigenes dorf ist und die medizin frau der federköpfe nicht sehr nett zu ihnen war hat er das gefühl dass es seine pflicht ist den dorfbewohnern zu helfen na gut wir können ja mal nachsehen sagt er asimov stößt einen metallischen seufzer aus warum können die nicht wenigstens ein mal vernünftig sein nur ein einziges mal asimov wo ist die höhle fragt primo woher soll ich das wissen ich gehe mal fragen sagt na nur ehe primo ihn daran hindern kann läuft er zurück ins dorf der federköpfe kurz darauf kommt er mit den beiden kindern zurück ihr wollt wirklich die dreiköpfige schlange besiegen fragt die immer unsinn macht quatsch die wollen doch bloß angeben widerspricht der bruder wenn sie die dreiköpfige schlange sehen rennen die bleichgesichter schreiend weg gar nicht widerspricht nano also zeigt ihr uns jetzt wo dieses blöde monster ist na klar du angeber sagt der keinen nachgeschrieg sie folgen den beiden kindern über eine wiese am rand der küste bis zum eingang einer großen höhle pauls nackenfell sträubt sich und er knurrt den finsteren eingang an da drin ist die dreiköpfige schlange sagt der federkopf jungen na das werden wir ja sehen erwidert nano und macht ansteigen in die höhle zu klettern du bleibst hier sagt primo das erledigen der golem und ich komm asimov war ja klar in diesem moment erklingt wildes geheul aus der richtung des dorfs mit donnernden hufen jagt ein trupp federköpfe heran und umzingelt die kleine gruppe ihr wagt es unsere kinder zu entführen bleichgesichter schreit einer der reiter und richtet seinen bogen auf primo dafür werdet ihr alle sterben nein papa ruft die immer unsinn macht sie haben uns nicht entführt sie wollen in die dreiköpfige schlange töten ihr wollt was fragt der federkopf nun naja eigentlich wollen wir bloß mal gucken sagt primo im interesse der wissenschaft ergänzt lausius mein papa wird die dreiköpfige schlange verhauen das werdet ihr schon sehen ruft nano die federköpfe scheinen verwirrt zu sein sie diskutieren miteinander glaubst du dass das stimmt quatsch alle bleichgesichter sind feiglinge und außerdem sprechen sie alle mit gespaltener zunge bestimmt haben sie die kinder entführt willst du behaupten dass mein sohn der keinen nachtisch kriegt lügt nein aber also ich finde wir sollten sie hier und jetzt töten und das macht man schließlich so mit bleichgesichtern das weiß doch jeder aber dann können wir sie nicht mehr der dreiköpfigen schlange opfern wir sollten sie fesseln und zurück ins dorf bringen lassen wir sie doch einfach jetzt gleich in die höhle gehen dann kann die dreiköpfige schlange die auffressen und fertig aber es ist doch noch nicht vollmond man darf der dreiköpfigen schlange nur bei vollmond opfer bringen das hat die mit den geißern spricht gesagt der immer vom pferd feld hat recht wir müssen die medizin frau fragen sie soll ein paar laber mit den geißern abhalten dann können wir entscheiden sage ich doch wir bringen sie zurück zum dorf quatsch wir holen sie her die sind doch schon hier ich meine natürlich die medizin frau fackelt die nicht brennt ach so na gut ich gehe sie holen einer der federköpfe reitet los in richtung dorf primo allerdings hat keine lust darauf zu warten was die fiese hexe entscheidet besser erstellt sich dem monster jetzt gleich solange er noch eine waffe hat und der golem ihm helfen kann komm asimov sagt er und klettert die felsen hinab in richtung des höhlen eingangs ade du schöne welt seufzt der golem und folgt ihm zusammen mit paul und dann die dreiköpfige schlange aber noch gut zu lesen nur